Oh, Yvonne, ich bin fleißig wie ein Bienten natürlich. Summ, summ, summ. Und ich habe hier das aller, aller schönste Liebesfahrer aus dem Fernsehen, weil das ist ja wirklich so eine Liebeskuschelecke schon geworden bei uns. Hallo Franzi und Marc, schön, dass ihr hier seid. Ja, hallo. Immer noch frisch verliebt, alles strahlt bei euch immer noch. Irgendwas verändert in der Zwischenzeit, seitdem ihr raus seid bei Big Brother? Nö, was Liebe betrifft, auf keinen Fall. Und wie sieht es aus mit der zukünftigen Planung, so Haus, Kinder, Auto, Baumpflanzen und so, was man alles so Schönes macht? Also Marc ist jetzt erst mal zu mir gezogen, aber wir suchen dann den Weg gemeinsam nach Köln. Und mehr ist noch nicht geplant. Ihr wollt nach Köln? So sieht es aus, ja. Nächstes Jahr ist ja auch schon eine Fußball-Weltmeisterschaft, wo wir gerade dabei sind. Und da werden alle immer schön hier, da sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia. Singen bestimmt. Wir haben auch hier einen an der Mattscheibe. Ich möchte aber auch mal gucken, wie es bei euch so weitergeht in der Liebe. Da sind wir ja alle sehr gespannt. Und deswegen haben wir sozusagen eine Glücksfee, die mal einen Glückskeks vorbeibringt. Vielen Dank, liebe Glücksfee. Ihr könnt euch dann aussuchen. Ein. Ein am besten, ja. Und Franzi, mach du den mal auf. Der Mann hat es ausgesucht und Franzi, ihr macht es auf. Also da steht über euch und über eure Liebe, jedes Ding steht hier, hat seinen Wert. Hm, was heißt denn das, liebe Franzi? Das steht hier wirklich, ohne Schied. Okay, das mit dem Ding und hat seinen Wert und so, das lassen wir mal so stehen. Es ist schön, dass ihr hier seid. Habt noch viel Spaß bei uns. Und jedes Ding hat seinen Wert. Oh, 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 oh. Bei dem geht es bestimmt ab wie bei Schmitz Katze. Und jetzt.